Ich darf Sie wieder recht herzlich zu einem sehr speziellen Rennen begrüßen. Unten auf dem Grid sehen wir ein paar faszinierende Rennautos, die in wenigen Momenten mit Höchstgeschwindigkeit um Siege und Punkte kämpfen werden. Die Rennautos Noch nicht der Start, nach dem wir suchen, aber es ist noch... Sauber gemacht, gute Arbeit! Die Rennautos Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Okay, alles klar! Fantastisches Rennen! Einfach klasse! Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient! Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können und es ist schön zu sehen, dass es sich für Sie gelohnt hat. Ich bin mir sicher, dass es sich für Sie gelohnt hat, dass es sich für Sie gelohnt hat.